Es folgt ein Wahlwerbespot der VVPD, der Vegetarier-Veganer-Partei Deutschlands. Für den Inhalt der Wahlwerbespots sind die Parteien selbst verantwortlich. Guten Tag, meine sehr geehrten Wählerinnen und Wähler. Guten Tag, ich bin Freier-Fan von Fleischfrei und ich bin der Kanzlerkandidat der VVPD. Manche von Ihnen würden meinen, dieses Glas wäre halt voll. Andere dagegen würden sagen, es ist halt leer. Ich hingegen erläutere es Ihnen. Für die Tiere in den Massentierhaltungen ist das Glas nämlich immer leer. Aber sowas, liebe Wählerinnen und Wähler, wollen wir hier nicht sehen. Aber jetzt kasseln Sie mal auf. Hm, es schmeckt. Unglaublich. Hm, vielleicht liegt es ja da an. Eine vegetarische Wurst schmeckt eigentlich genauso lecker wie eine normale Fleischwurst. Also, ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal was erklären. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Und wer, bitteschön, war mit dabei? Die Grüne Partei. Also, meine Damen und Herren, mit eurer, mit ihrer Stimme können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Denn alle sagen, man soll den Krieg beenden. Und so, meine lieben Freunde, können wir den Krieg beenden. Den Krieg für die Tiere. Und so, meine lieben Freunde. Und so, meine lieben Freunde.